Hier sehen wir die Halle von oben mit offenen Kamin. Das ist ganz, ganz toll eingerichtet. Hier unten ist die Kapelle. Und das geht durch den ganzen Haus. 66 Zimmer, alles 4-Bettzimmer oder auch Suiten kann man hier buchen. Und das ist eher was für Ältere, wo ein bisschen ruhiger. Im Kolosseum sind die ganzen Kinder hauptsächlich. Und hier ist es dann eher ein bisschen ruhig und gediegener.